Hallo, in diesem Video zeige ich euch die drei Rutschen des Centerparks der Emhoff bzw. des Aquamundo, das sich dort befindet. Hier zunächst einmal die mittellange, überwiegend offene Rutsche. Viel Spaß! Nun die lange und zu weiten Teilen geschlossene Rutsche, welche auch außerhalb des Aquamondus verläuft und dann wieder im Inneren endet, genau neben der mittellangen Rutsche. Viel Spaß! Wer gerne nebeneinander rutscht, kann dies auf der kurzen und sehr steilen Rutsche Familienrutsche tun. Diese kann man gut und gerne mit drei bis vier Leuten nebeneinander rutschen. Viel Spaß dabei! Die Reifenrutsche des Aquamundo, also den Toro Twister habe ich in einem separaten Video, ansonsten auch vieles vom Aquamundo. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und vergesst nicht die Glocke. Danke! Auf Wiedersehen! 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 Vielen Dank.